Europe. Heftig. Jetzt. Ähm, Violent Storm Europe 1993. Was? Hallo, wer noch nicht schlecht ist. Willkommen zu. Mein Name ist Marianne und Michael. Irgendwas hättest du sagen können. Warum? Ich hab jetzt doch Europe gesagt. Ich bin stolz auf dich. Tag auch herzlich willkommen zu Let's play Violent Storm together. Mit meinem Handicap. Hallo, ich bin das Handicap. So, auf der Select-Taste kannst du jetzt in die Arcade Machine Coins einwerfen. Ich mach das mal. Ich hole dir jetzt komplett voll mehr als wollen. Geht nicht. Dann drücke ich jetzt die Start-Taste. Ja, brauchst du nicht. Ist gut. Jetzt kannst du auch Start drücken. Vielleicht hoffe ich jedenfalls. Echt davon war die Start-Taste. Die Rechte von den beiden Mittleren. Heftig. So, dann kannst du dir hier Wade oder Boris oder Kyle aussuchen. Ähm. Mit dem? Ja, genau. Oh Gott, ey. Ich nehm Kyle. Du nimmst Kyle? Ja. Komm nimm Boris, das passt zu dir. Wegen der Sonnenbrille, wegen der Stacheln, wegen der Stacheln. Oh, Zeit ist abgelaufen. Ich hab gar nichts gedrückt. Aber gern. Ich glaub, die Handlung ist wie in jedem zweiten, bietem ab. Die Freundin von irgendeinem von uns wurde entführt und wir müssen sie retten. Toll, hab ich Boris. So, der Taster schlage ich. Da springe ich. Und mehr Tasten haben wir auch schon gar nicht mehr. Gerne. Alter, was machst du denn? Machst du denn? Ich möchte Kyle haben. Kann man beide gleichzeitig drücken? Ja, Special. Es zieht Lebensenergie ab, wenn du was damit triffst. Okay, also nicht zu viel Special. Special? Womit? Wenn du beide Tasten gleichzeitig drückst. Welche Tasse? Ne, du hast die A und die B-Taste mehr, also nicht. Ne? Und wenn du beide gleichzeitig drückst, machst du? Höhntchen. Hast du ihn nun gesehen, welche Rasse waren? Kann man davon was machen? Kann man davon was machen, dass ich ein Messer will das haben? Scheiß, jetzt hab ich auf dich gekupst. Ich muss jetzt mal reinkommen. So, ich hab ein Messer. Wie sagst du ein Messer? Oh, ich dachte, der wird da hinten vom Motorrad überfahren. Ich wollte es auch auf dem Fußboden. Das habe ich auch gehoben. Ich hab ein Messer verloren. Da liegt das, du möchtest es haben. Ne, 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 ich bin nicht so der Messer. Der hat einen Poncho. Da die im Kirschen. Die Kirschen. Hast du so viele Tomaten. Das schmeckt vom Fußboden am Gästen. Komm doch mal. Alter. Ja, ich bin da, was meinst du? Nicht du. Bär. Bär? Was, Bär? Ist das eine Karotte oder ist das die auf dem Fußboden? Wo ist dein Messer schon wieder hin? Ich hab das besser noch eben. Wenn du getroffen wirst, dann lässt das fallen, dann erschreckt er sich. Das hat nicht getroffen werden. Ach so. Also, ich will mal auf Keil gucken, wenn du so ein boos-typen spielst. Aber wir sind nie in so einem Spiel. Das ist wahrscheinlich der Stark, oder? Du hast wahrscheinlich den Schnellen. Alter, was machst du denn da? Wie gesagt, beide Tasten gleichzeitig eher vermeiden, weil das macht Schaden an dir selbst. Aber, alle hat ihn mitgenommen. Ich hab' ich denn das gemacht, da diese komische Rolle auf dem Fußboden. Und so ein... Äh... Äh... Ich hab' ich zwei Gläser drücken gehabt. Häftige Rückkopfnuss. Soll ich zwei Mal in Richtung neu? Ne, laufen kann man auch nicht. Keine Ahnung. Aber die Musik ist gut. Ich steh' auf der Mülltonne. Ey, sowas soll denn der Scheiß? Ich musste das auswählen. Keine Ahnung, fast? Nein. Aber kannst du... Warum schickt man das zum? Der mich schlagen. Was haben die für Klamotten? Ne, ich fahre mit dem Fahrrad weg. Oh, Entschuldigung. Oh, was? Das ist das geworden. Warum? Mach' mal mal kurz. Mach' mal kaputt und dann laufen nicht nach rechts. Komm' mal kurz her. Weiß ich nicht. Ich dachte, sonst nichts machen, du musst. Stehen bleiben. Ja, dann kann ich dich einfach... Warum? Ja, ich hab' jetzt nicht aufschlagen. Du hast nicht wahrscheinlich Schaden gemacht. Äh, ist das der Henker? Au. Hier, du da mal hin. Au. Das ist Stabil. Bist du mit Kyle eigentlich zufrieden? Hammer. Ich find' das eigentlich echt ganz geil, dass du... Geh' du mal vor. Oh, natürlich wenn ich ankommen, dann... Du bist tot. Ich hab' dich noch mal auf dich drauf geworfen. Voll die Forms. Yes. Kann das sein, dass deiner nicht... Deiner hat, glaub' ich, die Superfähigkeit hier mit seinem Chang-Liq-Tritt. Und meiner kann, glaub' ich, die Leute aufgeben. Kann das sein? Oh, die Maske verloren, mir sieht jetzt aus. Das ist ein Schwein. Jetzt war' aber auch schon mit dem zu reden. Knack. Warum hast du das getan? Weil ich's kann. Sehr, Alter. Sehr, Alter. Sehr, Alter. Hier, mehr Punkte. Auch, weil ich's kann. Achso, du kannst auf der Art heilste schlagen. Wenn du die Gegner besiegst, dann kriegst du Punkte. Achso. Oh. Hm, da kam mit's ne Bombe raus. Sind wir jetzt auf'n Zug? Nein. Ja, kann ich da hin? Da stand doch eben Train Station. Ich hab' das nicht gelesen. Ich hab' grad' einen Baseball und schon eingesammelt. Reifen. Oh. Eine Uhr. Und yes, ein Rohr. Okay, ich geh' weg von dir. Nachher auch so wie er mich. Kann man sich verletzen? Neweilig? Abgesehen von dem Einsammelgedöns. Alter, Jungs. Au. Warum tun die das? Auch, weil sie's können. Warum frag' ich? Der sieht doch gar nichts. So, tritt mich mal oder schlag' mich mal. Versuch' mal. Dann versuch' das jetzt gleich. Ich bleib' mir mal stehen. Warte mal. Der Hobby, der ist nur aufgemalt an die Wand da hinten. Ne, wir können uns nicht verletzen. Nur, wenn ich dich aus Versehen einsammle. Aus Versehen, sag' ich? Ja, aber dann muss ich halt gucken, dass ich dich nicht schmeiße, sondern einfach, dass du dich unterwegs und einfach weg gehst. Ich find' das mit dem Einsammeln geil. Hast du noch gar nicht gehabt, ne? Doch, ich hatte gerade auch irgendwas Lustiges. Ich hatte Gold. Nee, ich mein', dass du die Gegner aufhebst und wegschlagst. Also, ich hab' noch hier mit Bogus echt den richtigen Charakter gekriegt. Ja. Außerdem trage ich die passenden Hose-Träger und Hose zum Hahn. Naja. Ich bin total stolz auf dich. Ja. Du trägst auch die passende Hose zu deinem Hahn. Äh, ja, nun was? Essen. Ja, Essen macht wieder Gesundheit. Und das sind voll. Soll man das ein? Yes! Hast du das gesehen? Die Verwachen? Hast du das gesehen? Ein Schwein geworfen gerade? Ja, aber wenn ich's aufhebe, verwandelt sich das in ein Football. Das ist ja richtig geil. Ich hab' den Football verloren. Scheiße. Hast du jetzt mich abgeworfen, du? Nein! Das wäre nämlich albern. Ich schmeiße dich jetzt auf den Gegner. Du bist jetzt mal in Munition. Schwein hier! Oh! Seit wann hängen denn so ne komischen Blühlampen von der Decke im Zug? Das ist mir jetzt völlig neu. Aber sie wackelt. Ja gut, das ist schon ein bisschen älter, ne? Achso, ich steh da vorne rum. Das ist mir ja aufgefallen. Hä? Was? Ich stand so überraschend weit vorne rum. Ach was? Oh mein. Ich glaube, er wollte unser Ticket sehen. Achso, das ist so ein jetzt wie es aufgesehen, ja. Alter! Was denn? Ich hab' gar nichts. Du hast Wesen, wer nimmst denn hier als ich? Dann kannst du mir das Essen lassen. Dann sollten wir ein bisschen aufeinander aufpassen. Das ist ein Koop, das ist mir helfen. Nö, ey. Ich interessiere es mir, jetzt bin ich hier geblitzt, Dings. Entschuldigung, muss startdrücken. Entschuldigung, Mann gerade. Äh, jetzt muss man den Spieler wechseln, dann probiere ich nochmal den aus. Du musst startdrücken. Wißt du, Boris? Was? Das wird ein bisschen mehr die Spieler auch wechseln. Ich hab' nicht gewechselt. Offensichtlich schon. Au! 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 Alter, der Kirtischer Instant. Ja, dafür war ich ja da. Oh. Ja, warst du das? So, ich hab' die rausgehauen. Ja, hab' ich doch eben auch. Nicht, lass' du da drin, verrecken. Entschuldigung. Wo war der denn Ring? Wo war der denn Ring? Der hat einen Hammer Sound. Die Zahnblöckchen. Au! So, ich hab' gewonnen. Warum hast du jetzt gewonnen? Du hast doch nicht mehr richtig Punkte gemacht am Ende. Hm. So long, Suckers! Wir waren im Zug gerade, falls es dir aufgefallen ist. Vielen Dank. Ja, 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 sehr gerne. Dafür bin ich da. Hast du nicht gesagt Train Station? Das heißt, wir müssen am Bahnsteig gesehen sein. Ich hab' mich tatsächlich versprochen. Das war mein Fehler. Ich hab' so viele Fragen zu diesem Satz. Ja. Guck' jetzt nicht rüber. Ich will den Hund einsammeln. Ich sammle' den Hund ein. Würf den. Was ist das? Ja, ein Pokal? Ja, ne. Ich finde nicht so gut. Ich will Boris wieder haben. Stell' noch mal ein paar Mal hin. Ich denke, du fandst Kyle gut. Ah, aber Boris ist schon ein bisschen cooler. Ach was. Hey. Alter. Boah, du brauchst mir die Risikoperative zu spielen. Ach komm, das wusstest du vorher. Ich hab' dich als Handicap angekommen. Ja, eben. Ich berechne' übrigens jeden Token, den du verbräst in dem Spiel. Ach verdammt. Mit 37,28 Euro. So ist jetzt nicht Kyle. Hm. Das ist selbst verkohlt? Ja. Oh, man kann mit Kyle aufwerfen. Die falsche Richtung gesprungen. Verdammt da hast. Oh, das von den beiden finde ich auch ganz witzig hier so. Witzig. Äh. Hä? Alter. Rechts und links. Beide treten auf mich ein und du hältst mir nicht keine Seite frei. Ja, ich hab' dich. Aber ich hab' dich. Ja, nee, was auch immer du gerade getan hast. Ich hab' dich beobachtet. Oh. Man. Meine Uhr, ich muss wissen, wie spiel' das ist hier im Spiel. Also wie du mit der Uhr umgehen kannst. Alter, jetzt mach doch mal was. Ich muss gucken, ob die Zeit vergeht. Merkt man mit dir nämlich nicht. Warum bist du eigentlich immer so gemein? Was denn? Nee. Ich bin nicht pizza. Danke. Warte, dann sind wir an dem gerade vorbei. Hier ist noch was zu essen. Da ist das Hummer. Du bist ein altes Schmutz. Wer saß da gerade noch? Geh mal weg. Ich weiß nicht, wo. Früher. Früher. Aber diese Figur ist echt Hammer. Ach so, bleibst du beim Bosen? Sie hätten so ehrliche Freude empfunden, wie mit dieser Figur. Oh, was kommt da hinten? Oh, Hallöchen. Konzentrier dich. Ach ne. Was haben die in der Hand? Messer. Ach so, das hört sich erst anders aus. Bist du ein bisschen tot? Nein. Ach, ist schön. Ah, ich hab ja keinen. Aber das war doch dein Job. Die was? Da umzuhauen. Ich gucke hinten auf die Katze. Ach so. Ja, nimm du mal ein und lass mir eins übrig. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass der Fettsack Feuer spielen kann. Warum? Willst du sagen, der kann nichts weiter? Außer dick sein oder wie? Du solltest mir die Banane lassen. Warum du hast, guck mal wie viel Leben du hast. Du bist voll. Ja, jetzt. Kamera. Ja, mach ein Foto von mir. Das sah fast so aus, als hättest du mir das Hähnchen da gelassen. Ich wollte es gerade sagen. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, oder? Nein, offiziell nicht. So, ich schnappte die Kirche und schnappte die hier vorne hier in den Märchen mit Ei. Tu mal lieber die Märchen. Ui, der tanzt mit dir. Das ist ja voll cool. Ja. Hab ich dich geworfen? Boah, jetzt brauchst du das Futter auch nicht mehr. Jetzt brauche ich das Futter. Ja, dann nimmst du auch. Ja, du, jetzt kommst du mir hier entgegen geflogen. Sag. Der nimmst du um die Kirche bevor du wieder stirbst. Denk man, du stehst hinter mir, aber nein. Das tue ich. Ja, aber machst du eigentlich. Jetzt liege ich hinter dir. Jetzt liege ich mir die so schön. So, Küche fertig. Möchtest du das Rohr haben von ihm? Nein, danke aber lieb, dass du fragst. Da ist nochmal raus, das ist ne Katze. Alter. Gleich die Katze? Nein, nein. Ach, irgendwas mit Dude. Was hat er gesagt, Dude? Weiß ich nicht, ich hab die Katze beobachtet. Okay, sind wir in der Racing-Ariene jetzt? Die Katze wieder, ne? Die ist faszinierend. Knack. Oh. Das ist wie ein Stringer. Ich glaubte, okay. Oh, ey, ey, ey. Aber warum fällt sie denn auf? Oh, der Senki verarmert. Oh, der Senki verarmert. Tja. Ach so, jetzt. Mach doch mal was. Der hat mich trotzdem mal bei der anderen Hand weggefaustet. Oh, du bist echt keine Hilfe in solchen Momenten. Mach mit die Sinten. Du hast dich selbst am nächsten. Wow. Praktischerweise wurde Freitag und Freitag nach eins. Macht jeder seins. Ich glaub, äh, ich hab... Continue genommen? Ja. Also wie gesagt, 37,50 Euro von dir pro Token? Nein. Aber gesagt. Nein, du hast Brot nicht... Ach, Alter. Ehrlich? Der zählt als... Was denn? Der triffst du einmal und dann... Ja. Der entscheidende Treffer halt, ne? Naja, der entscheidende. So, wo gehst du jetzt hin? Äh, in die Industrial Area. Diese hier? Voll retro, heftig. Ich spiel's voll rein. Menschen, die am Boden liegen. Genau mein Humor. Oh, ein Messer. Was ist der so übertreten, oder was? Ja. Wieso rutscht er manchmal? Kann ich mich beeinflussen? Ich wüsste nicht wie. Hab ich mal besserer wiederbekommen, den ich hab's verloren. Da. Messer. Ein Flughörnchen, aber ist auch super. Mein Messer ist weggefahren. Warum sagst du das denn dann auch? Kaum... Alter, kaum wie so gute Technik gucken sie dir in das ab. Ja. Ich finde mit dem... Äh, springen. Entschuldige Schwung. Uuh, das ist man leider nicht. Hast du gemerkt, dass ich's geschafft habe, darüber zu springen? Ach. Ich bin immer noch völlig perplex. Geh du mal vor, da siehst du die. Ich wusste es. Wie heißen die Gigadeth? Ach. Alter, den hab ich gerade im Hinterkopf umgehauen. Wie hast du nicht denken? Ach so, dass ich mit, äh, Boris vorhin auch einmal gehabt, ja. Das ist ein lustiger Move. Der Typ ist allgemein ja, der Hammer. Das ist der Knaller. Boris, ey, was auch Jungs, was wollt ihr denn eigentlich hier? Willst du ein T-Shirt mit Boris draufhaben? Ja schon. Okay. Krieg? Wann ist noch mal Geburtstag? Äh... März? Ne. Äh... Du hast noch elf Versuche. Moctember? Nein. Nocember? Äh... Äh... Also wieder Oktober, noch September, noch November. Jetzt haben wir noch November. Richtig. Im Sommer? EWH? Stimmt, war es nicht letztens irgendwann mal kurz nach deinem Geburtstag? Oder so kann das sein? Nein. Ja. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Ja, bestimmt. War das irgendwie... August? Naja. Ja, August. Ja, siehst du, das ist doch. Ja, genau. Ach ja, natürlich. Da klingelt wieder was. Ich dachte, du weißt mit dem Rücken. Ja, ich arbeite dran. Nur halt... nicht aktiv. Ich arbeite dran. Ich muss das erstmal strategisch ausarbeiten. Diagramm malen, eine Powerpoint-Präsentation dazu. Hier ist eine Banane für dich. Du bist eine Banane. Oh. Dann schließe ich dir vom Gegner. Okay, mein Fehler. Au. Der hat ein Messer, das ist voll uncool. Das war ein vollkommen Messer, übrigens. Mit Z. Liza. Warum? Warum? Wenn du immer in das... Drück du was, dass du weg gehst. Nicht. Oder springen oder... Ich konnte nicht. Jetzt sehe ich das erst. Oh. Ja, ist aber auch echt kompliziert animiert, muss man fairerweise sagen. Du bist kompliziert animiert. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Vorsichtig mit den Fässern. Mann. Sag doch was. Ich kann dir doch helfen. Ich nehme die Pizza. Und Kulak-Pizza auch. Essen und Prügeln gleichzeitig. Ja. Ja. Oh. Jetzt haben wir doll. Oh. Der ist ein bisschen arg futuristisch, der Vogel, ne? Man kann ja übrigens nicht verprügeln, wenn er am Boden liegt. Nein. Das habe ich mir schon gedacht. Hast du gar nicht. Wohl. Nein. Das ist ja noch bei gar keinem Boss. Ah. Ähm. Oh, scheiße. Verklebter. Ah, fuck. Oh, au. Da doch vom Fußboden aus mit Marm. Alter, Hilfe! Was jetzt heißt der? Der hat nämlich gerade... Wait. Der hat mich gerade einfach nur mit einem Schlag um die Hälfte verprügelt. Ja. Die Bossesachen in dem Spiel sind ein bisschen Kornfresser-mäßig drauf. Bam. Da musst du aber vorab beim Fuß hier. Da kommt auch nicht viel Schaden rum auf Dauer irgendwie. Oh. Oh, Synchron gestorben. Einen Traum. Das heißt, ich kann jetzt Boris nehmen? Oh. Ich fange zwei Keile, dann kannst du gleich Boris wieder haben. So gut bin ich zu dir. Das ist ja so verklickt, sei doch ehrlich. Nee, tatsächlich nicht. Ach, komm. Nee, wirklich nicht. Den glaube ich denn nicht. Ich bin jetzt absolut nicht drauf gelassen, um Boris zu nehmen. Das machst du doch eh die ganze Zeit drauf gehen. Ich bin nicht in der Position gerade, ich gebe es zu. Ja, aber nur damit du dich so schlecht fühlst. Oh. Oh. Nächsten 37,50. Oh, oh. Das ist überraschend frustrierend. Oh. 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 Das ist das mal erwischt. Also, er sprung war oder gesprungen warst. Äh, er ist nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen. Da machst du in der. Der trittvoll ist wieder mal ein Bild. Ich, äh. Man. Doch. Hallo Boris. Das macht mich ganz irre, was soll man denn dann machen. Wir sind auf dem schlagen, was sie aus hier fängt. Nein. Einfach nein. Ja, doch, der letzte Tritt war Ausschlaggebend von mir jetzt für die Explosion seines Jetpacks. Hast du es gehört? Boris. Untertitelung. BR 2018